Emma, bitte, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Kein Angestellter, Vorgesetzter oder Geschäftsführer der Firma darf sich mit einem anderen Angestellten, Vorgesetzten oder Geschäftsführer der Firma auf eine Beziehung, Tätigkeit oder Tat einlassen. Die in ihrer Natur ganz, überwiegend oder teilweise als sexuell oder romantisch bezeichnet werden kann, ohne die Firma über die besagte Beziehung, Tätigkeit oder Tat zu unterrichten. Emma, bitte, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Emma, bitte, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Emma, bitte, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Emma, bitte, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Emma, bitte, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Emma, bitte, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Emma, bitte, setzen Sie sich. Wie geht es Ihnen? Ausgezeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017